Ich bin ja so blöd. Naja, kann ja mal passieren. Ich weiß aber wirklich nicht, was diese Verwässerung bringt. Das steht auch nicht bei. Naja, jetzt haben die keine Chance. Turbulasertürme, die so langsam schießen, in dem Film haben die viel schneller geschossen. In dem Film haben die... geschossen. Um das mal akustisch zu verdeutlichen. Die haben doch tatsächlich einen Sender zerschrottet. Ne, was für... Siehs. Ich weiß ja nicht, wie die Max... Also, ich denke mal, ich kann noch ein Stück weiter gehen. Ja, der Sender kann sich auch selber auf... Also, wirklich. Der Reichweite von denen ist ja wirklich gigantomanisch. Ja, also was ich sagen wollte zu den Speedway, ich glaube, sie können runtergeschossen werden. Ja, hier auf der Minimap blinken die Sender ja als Zeichen dafür, dass sie verbunden sind. Hat er den Sender hier platziert? Nein. Ja, gut, da hat auch noch eine Verbindung. Also, die Reichweite ist wirklich ziemlich groß. Und diese Scout-Transporter sind eigentlich mit die stärksten Einheiten, die ich habe. Also, die fahren wirklich richtig übel. Ja, die Strahlen können natürlich nicht durch den Berg gehen. Das wird mir eine Ehre sein. Die Dome soll das hier. Der ist Tentor hier. Sender platziert. Hier bin ich, Brent. Geht in Ordnung. Die Dome soll das hier. Wenn ich dorthin gehe, bin ich so gut wie tot. Ja, stimmt. Wie lautet ihr Befehl? Wir rücken aus. Sir, ich nehme Schade. Du bist mir völlig egal. Du bist eine Level-1-Einheit. Ich sichere mal den. So, jetzt wird das noch gesichert. Und ihr vermutlich nicht gehört, ob das ich das gesagt habe. Ja, ne. Ist noch alles dichte. Na, umkennen ist jetzt eh zu spät. Vielleicht kommen die zwei ja noch halbwegs unbeschadet rein. Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt der eine ja noch halbwegs unbeschadet rein. Ich gehe natürlich in den falschen Weg. Ich habe es allerdings noch nie auf diesem Wege versucht. Ich habe es immer wieder hier rum versucht. Vielleicht funktioniert der wie in der Weg ganz gut. Ja, ich muss natürlich darauf achten, dass Lichtlinie und so für sich die Lichtlinie. Wir haben doch schon eine ordentliche Reichweite. Aber wir können ihn nicht durch Berge hindurch. So, Verbindung besteht. Ja, ist... Boah. Moment, Captain. Ich sehe mir gerade die Daten an. Es scheint, dass die Rebellen unsere Energieproduktion auf Sarapin sabotieren. Sie haben die Energiekollektoren angezapft. Bran, wie lange dauert es, bis Sie und Ihre Männer für den Abmarsch nach Sarapin bereit sind? Wir sind in einer Stunde fertig, Sir. Sehr gut. Von nun an unterstehen Sie meinem direkten Kommando. Aber was ist mit Captain Tulam? Captain Tulam wurde versetzt. Das Imperium benötigt ihn an einem anderen Ort. Nun liegt alles an Ihnen, Commander Tentor. Commander? Ich bin Captain, Sir. Lehnen Sie Ihre Beförderung etwa ab, Bran? Nein, Sir. Hervorragend. Trommeln Sie Ihre Leute zusammen und begeben Sie sich sofort nach Sarapin. Okay, verbinden Sie... Ja, ja, ja. Oh, ich habe sogar die alle Sekundärzüler erreicht. Ja, das ist so easy, wie sie geht. Sie haben sich vorher immer viel schwerer gemacht. Naja. Okay, das war es dann auch schon wieder. Ben. Aus. Bis zum Nimmer. Bis zum Nimmer. Du bist das. Untertitelung des ZDF, 2020